so wir sind jetzt im final Jungs was glaubt ihr wer gewinnt? Poki oder Embryilmas? so ok muss die ok ok achtet mal Varan, achtet Varan, aha der wollte die Flanke bringen was das denn? 50.000 auf Poki, macht man da was drauf? mach doch mal die Quote geiler hier, was das denn hier? Fruber, Gigi's Bro Gigi's Fruber Fruber, did you got twitter? did you got twitter Fruber? if yes, please send me some message that I can link you for the tweet because I don't know your twitter name ok 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 nice thanks boom man and thanks for the wait gg's man, gg's uh add in the andes Amy yeah happy ok ok so ok achtet wurde er wollte die flanke bringen ok 1 0 1 0 40 jetzt kommt gerade mal der anfang 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Best of one? Yes. Oh, Messi. The pixel is out against Foki players in the second round. The pixel is out against Foki players in the second round. The pixel is in the third 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 round. Wow, Guarinio. The biggest question. Where are you, man? But a pixel is very good. Very good. Now, all good. The pixel is in the third round. 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 wie viel die ball halten hier oder was? aha guck mal flanke kommt, flanke kommt rück legen man kann schon fukis so spielen lesen flanken, das ist zu krass wie wie op diese flanken sind dann das ist ein drück spiel, ne ne oh was ist das denn hier? oh 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 was passiert hier? volleyball messi finessia man muss aber was kurz gucken geht wo wo Oh, 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 oh. So, wie waren eigentlich die Wetten, die ihr gemacht habt? Die meisten sind auf Emre gegangen. Krass. Salvinio ist, Salvinio ist Road to Links, ne? Noch 14 Minuten. Was waren eigentlich die Wetten, die sind die Beste. Was war die Wetten? Was war die Wetten? Was war die Wetten? Aha, Calvert-Löwin. Oh, Messi. Danach off. Oh. Ich falle diese Blicke vom Poki, wenn er dich scharf konzentriert. Krass, darauf hab ich noch nie geachtet, Digga. Einfach blickfertig. Nee, Spaß, alles gut. Bah, bah 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 bah. Boah, ich bin echt K.O., ne? Ich stream jetzt seit 4 Stunden. Ich bin gut K.O., Alter. Gut Knockout. Aber warte mal jetzt hier. Auf wen hast du gesetzt? Ich hab gesagt, schon am Anfang des Turniers, entweder Musti, Piperu oder Poki. Ich hab gesagt, ein Deutscher wird das Turnier heute holen. Und am Ende, wenn jetzt nichts Großartiges mehr passiert, es ist Poki geworden. Aber warte mal jetzt hier. Oh. Jungs, es wird Zeit. Nein, oh. Es wird Zeit. GG's in den Chat. GG's Poki ist der Gewinner. Ja. 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 Ja.